Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur siebten Folge von King of Retail. Wir starten den neuen Tag, damit wir irgendwann unseren eigenen Konzern gründen können. Möchtest du ins Büro gehen? Ja. Wir haben alles bestellt. Biete ist weg. Ja. So, schau mal. Diesmal müssen wir keine Werbung machen. Wir haben aber Bewerbung auf dem Tisch liegen. Mini-Me ist diesmal der erste. Sehr gut. Mini-Me. Diesmal 11 Euro, oder? Kasse. Ne. Muss auch gut Verkauf. Und Marketing. Was müsst ihr machen? Verkauf, ne? 10. 12,9. 13. Ok, sehr schön. Mini-Me haben wir eingestellt. Habt ihr doch schön gemacht, ne? Mini-Me wurde eingestellt. Dann haben wir noch einen. Die Direkt starten. Carolina. Wer übrigens dabei sein möchte mit Namen einfach mal schreiben, dann kann ich das mal zu Beginn des Spiels aufnehmen. Ne. 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 Flutze verwarten wir noch. Lust. So. Diesmal mache ich es direkt. Ich ändere das direkt nur bei allen. Wir werden ein bisschen länger heute mal hauchen. Von daher. Wir werden immer bis 20 Uhr machen. so. Wir machen es... Wir machen es mal bis 21 Uhr. so. weitags bis 22 Uhr, samstag bis 20 Uhr, samstag bis 28 Uhr. So, fangen wir erst um 10 Uhr an. Arbeitsende. So, Pause. 10. Und dann gehst du in den... Verkauf, würde ich sagen. Okay. Morgen ist sogar Sonntag. Fängt sogar mit einem kurzen Tag an. Ne? Die hatten wir jetzt noch nicht. Wir werden jetzt auch nicht mehr runtergucken. Oder ist jemand da? Warte doch, das ist da hinten irgendwann, ne? Weil ich hier unten gehe. Sehr gut. Ähm. Okay, cool. Auch sehr selten drauf. Sonntag. Okay. Warten. Wir haben ja mindestens... Ne, wir haben das aufgebaut, ne? Wir haben ja gerade... 137, können wir uns noch leisten. 137, können wir uns noch leisten. Wir haben ja auch ein bisschen Werbung. Wir haben jetzt so... Erstmal so neutral. Oder auch ein bisschen Werbung haben. Aber... Wir haben den Tag, zack. Keine Zinsen. So, mal gucken. Wir kommen gleich auch arbeiten. Wir klicken vier Artikel. Irgendwo. Kommt Minimi, glaube ich, ja. Wir sind auch aufmich zur Arbeit schicken. Der Peilsender funktioniert bei dem Mittag. Das heißt, auf ist gut. Ne, ne, mit dem Paket. Gar nicht, ne? Bestellt. Bestellt. Ah, das nun auch? Okay. Da. Mr. Minimi. Wo geht los? Lieferung ist dran. Hey, can you help me? Da ist er. Euer Rufall kommt. Thanks. Danke. Vielen Dank. Ah, Liebe ist in der Luft. Diebstahl hat sich... ähm... Diebesbande. Äh... Warte mal. Ziemlich verdächtig. Und die Ganzamkeit... ... ... Und wie der Feng Shui-Künstler kommt zu ihnen und... ...leitet alle ihre Wände neu, um ihre beste... ...gleichgewicht für ihren Kunden zu. Guck mal da. Feng Shui, vier! Hey, have a minute? Minimi, Dein Auftritt! Minimi, sehr gut! Was verkaufen wir denn? Computer! Die Artikel aufpacken, fünf Sekunden noch. Aber auch gar nicht viel Dinger, ne? Auf ein paar haben wir jetzt noch nichts. Minimi, ich hab verkaufsgespray jetzt gut. Sein Achter, guck mal! Minimi, machst du oder? Wunderschön, nicht? Aber ist Feng Shui, sagt man sich so. Hey, a little help? Thanks. Thanks. Hey, got a second? Excuse me. Hey, a little help? Hey, a little help? Thank you. Hey, a little help? Hey, à little help, I'll have some help. Psychoinnikon, Thanks! What the hell? 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 I'm not a evil. Socks? Thanks. Minimilien, der versteckt sich schon wieder, ne? Leider. Ist gut, Sam. Das habe ich nicht gesehen, da kannst du vielleicht arbeiten. Details? Ja, ist gut, das verkauft, ne? Der haben wir nur immer. Aber auch nicht mehr, ne? Wir von denen sollten wir vielleicht mehr nehmen. Minimilien, Kasse? Frauenallergie, oder? Oder Schwäche gegen Mäuse? Oh. Das Lager mal ein bisschen erhöhen von den Mäusen, ne? Elektrocomputer... Hey, have a minute? Wir wollen... Nachlegen... Hier reichen aber immer zwei reingehen, ne? ... 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 Ich glaube wir wären ein Supermarkt. Computer macht eigentlich auch Spaß, aber nicht so viele Leute braucht. Ich darf, wieso? Ich darf, wieso? Jetzt brauchen wir auch keine Ahnung. Letzten Kunden. Okay, Mini-Me. Dann macht Feierabend. Boom, gut nach Hause. Wir gehen ins Büro. Ja, möchten wir. 2500. Gucken wir mal noch, was das Mindestlager sagt. 3000 Euro. Guck mal. Ich bin nicht genau. Noch mal hin. Wer sind's denn? Bestellungsverlust. Artikel haben wir jetzt bestellt. Gestern, gestern, heute. 33. So dürfen wir reinkriegen. Ne, 30 haben wir glaube ich, ne? Stutzfache da. Zurück. Wir können mal eine Dame, bringt immer ganz gute Stimmung rein. Mal gucken, was sie gut an. Kasse wäre nice. Artikelbehandlung. Die auspacken lassen? Ein wenig, ne? Können sie ja Kasse und Artikel. Ja. Sehr gut. Dann ist die Caroline noch bei uns. Caroline. Team. Und sie wird. Und er. aufgerissen. Ja. Mhm. 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 Dann machen wir noch. Mhm. 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 Okay. Ja, dann war das die siebte Folge erstmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt. Zur nächsten Folge schon morgen. Bis dahin. Danke an die Twitch-Zuschauer, die fleißig mitgemacht haben.